hallo ihr lieben und willkommen zu einer weiteren folge unseres tolkien podcast der hat sich immer noch und wird auch nur eine ganze weile lang also sich nicht ausgepodcastet denn heute fangen wir anstrengend hier etwas fleisch an den knochen zu bringen und zwar geht es heute um die mythologie hinter der gesamten geschichte und mit mir und wissenstechnisch extrem maßgeblich den podcast vorantreibend ist der benjamin hallo benjamin hallo ja es gibt viele gründe warum wir hier anfangen müssen es ist nicht nur der berühmte erst mal eine kurze historische einordnung sondern wir müssen es wirklich machen weil wenn wir euch über den urgrund der welt erzählen schwebt ihr quasi ein bisschen in der luft und dann können wir auch nicht irgendwas über die adler erzählen oder warum gandalf nicht einfach rüber läuft und sauren persönlich aufs maul haut und lauter lauter so geschichten eigentlich wer wer ist tom bombardier genau und all diese krempel genau wir müssen wir müssen das kurz behandeln genau für all diejenigen die eventuell nur den herrn der ringe und den hobbit kennen sei es durch die filme sei es durch die bücher in letztem fall hoffentlich durch dir durch das buch und die sich nie durch den marion gekämpft haben wollen wir mal grund grundsätzlich eine grundlage legen das war kein guter deutscher satz aber egal gleichzeitig hat ja im letzten teil benjamin schon gesagt beim silmarillion kämpft euch ein bisschen weiter nachdem der langweilige teil durch ist kommt es tatsächlich noch zu einer richtig schönen abenteuer geschichte auch oder zu vielen abenteuer geschichten die man genießen kann auch das silmarillion ist durchaus lesbar es fängt bloß nicht so ganz catchy an es fängt an wie die bibel weil es die bibel ist ja genau genau aber genau wie in der bibel eine menge sex drugs und rock'n'roll sind ja ist doch das silmarillion nicht anders ja wer tolkien vorwürft der herr der ringe sei zu schwarz weiß zu wenig moralisch ambivalent was auch schon blödsinn ist worauf wir wahrscheinlich in einem späteren podcast noch mal eingehen werden aber das haben wir auch schon in der letzten folge haben wir gerade ganz ganz viel darüber geredet wie tolkien sich gedanken macht dass das alles nicht zu schwarz weiß ist sowieso fangen wir am anfang an also am anfang war war da das licht oder war das wort oder was war am anfang ich lese einfach mal vor dies vor euro war da der eine der in arda iluvatar heißt und er schuf erstens die ein nur die heiligen sprösslinge seiner gedanken und sie waren bei ihm bevor irgend anderes erschaffen war und er sprach zu ihnen sie melodien lehrend und sie sangen vor ihm und er war froh lange aber sangen sie nur jeder für sich oder zu wenigen während die anderen lauschten denn ein jeder verstand von iluvatars gedanken nur jenen aus dem er selber stammte und nur langsam lernten sie auch ihre brüder verstehen doch indem sie hörten verstanden sie besser und es wuchsen einklang und harmonie und es geschah dass iluvatar die ein nur alle zusammen rief und sie eine gewaltige melodie lehrte die größere und herrlichere dinge auftat als er ihnen je gezeigt hatte und der glanz ihres anfangs und die pracht ihres endes verwirrten die ein nur so dass sie sich vor iluvatar verneigten und still waren da sagte iluvatar zu ihnen aus dem thema das ich euch gewiesen machet nun in harmonie gemeinsam eine große musik und weil ich euch mit der unverlöschlichen flamme angefacht habe so zeiget eure kräfte und führt mir dies thema aus ein jeder nach seiner art und kunst wie es ihm beliebt ich aber will sitzen und lauschen und froh sein dass durch euch solche schönheit zum liede erwacht mit anderen worten ähnlich wie bei terry pratchett beginnt die welt mit musik diese ich bin erst mal so sehr meter weil alter merkt man wo du vorlesen gelernt hast ja ja dass dieses ding bei mir mehr religiöse gefühle weckt als es jemals irgendeine reale religion konnte selbst bei gott sie das versuchen genau das hilft ja auch toll als ich das gelesen habe dachte ich sofort ja alles klar gott und engel und auch dieses bild des chorleiters ist ja ein es passt sehr in meine bilder von von christentum er lässt da seine seine engel singen und die singen dann alles mögliche und schöpfung und 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 gleichzeitig gerade diese ersten sätze die sind die ein nur sind von anfang an mehr als engel oder es ist es ist schwierig es ist schwierig dass uns in solche begriffe zu zu packen die ein jetzt automatisch in meinem kopf deshalb sage ich zumal auch der die bedeutung was ein engel ist sich im laufe der 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 jüdischen christlichen religion so oft geändert hat ja gott und diese 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 wesen aus alttestamentarische engel sind augen feuer und rädern ja neutestamentarische engel auch ja es hat einen grund warum die sich in der bibel immer als allererstes mit fürchte dich nicht vorstellen genau und das ist nicht weil sie wunderschön aussehen wellige haare haben ebenmäßige gesicht und mit sanfter stimme sprechen sondern mehr oder weniger eine fortwährende explosion mit blitzen aus der tausend gewaltige augen gucken bricht durch deine wand und damit du zuhörst muss die als erstes sagen fürchte dich nicht come with me if you want to live genau also wenn jemand zu dir sagt ich werde dich nicht umbringen dann heißt das der gedanke drängte sich auf ja genau also ich habe es mir immer nach der art erklärt arda tolkins welt ist sowohl polytheistisch als auch monotheistisch es gibt den einen der aber so so was von jenseits allem ist das ist ein bisschen so super natural weltbild was wir da haben also super natural die serie ja ach dass das gute alte siedler 3 fing doch damit an dass die 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 hier zeus irgendein chinesischer gott und und horus von yahweh in seinem büro zitiert werden hört mal hier ihr macht miserabler arbeit eure leute glauben nicht mehr an euch wenn das so weitergeht denken die sie können sich direkt an den obersten chef wenden ist euch klar was das heißt monotheismus ich habe wirklich genug zu tun ich habe so viele jahrmillionen damit verbracht delegieren zu jetzt habe ich das einmal drauf es läuft und was genau aber ja erstmal gibt es quasi nur diese geistwesen entstanden aus iluvatars gedanken platon hätte seine helle freude und sie sie singen und erstellen gedanken bilder an denen sich andere erfreuen und nachdem sie so stück für stück auch voneinander gelernt haben weil jeder aus einem teil der gedanken des einen entstanden ist und sie einander verstehen müssen lehrt iluvatars sie eine große eine große melodie ein großes thema und jeder soll das auf seine art ausführen und das ist so individualität und teamwork gleichzeitig also genau die sind erstmal sehr individuell da fangen die an und dann müssen die aber auch die anderen verstehen lernen genau so weit werden die also sozialisiert dass sie das können das große ziel ist zusammen singen genau daher auch das sprichwort man kann zusammen singen aber nicht zusammen regieren das zieht sich auch sehr durch das werk durch jeder auf seine art aber doch harmonisch miteinander genau nach dem ja unglaublich wichtig also wenn wir jetzt das theologisch auseinander nehmen und gerade der anfang wird ja viel theologisch auseinander genommen deshalb finde ich okay sich hier aufzuhalten wie weit ist das individualismus und wie weit ist das kommunismus im sinne von kommunal von zusammen und wie sehr wie sehr gibt es dann ausbrecher und wie werden diese ausbrecher behandelt das ist das ist ja jetzt dass das spannendste was als nächstes kommt genau sie fangen also an diese melodie zu singen dieses große thema und erst ist es wunderschön und es entsteht durch den gesang einen einen ein bild das immer detaillierter wird und sich verändert während sie singen und dann gibt es da den mächtigsten unter ihnen mit großem abstand der melkor heißt und dieser melkor hat sich oft in der vergangenheit nicht mit den anderen zusammengesessen den anderen gelauscht und andere seinen gesängen lauschen lassen sondern ist alleine hinausgegangen aus den ewigen hallen wo iluvatar sitzt in die äußere dunkelheit und ist dort wandern gegangen und hat geforscht und hat nur in seinen eigenen gedanken gesessen und hat vor allem die unverlöschliche flamme gesucht die hier erwähnt wurde das ewige feuer oder auch das geheime feuer wie es genannt wird ja was ist das eigentlich man kann fast sagen es ist es ist entweder platos weltseele oder der heilige geist es ist die kraftquelle die allem was die luwatar geschaffen hat zu existenz verhilft es ist der grund warum irgendetwas permanent existieren kann ohne dass die luwatar es am laufen hält aktiv und diese diese kraftquelle wurde wurde verborgen und da muss ich jetzt mal den den schnitt machen in dem moment im herrn der ringe als gandalf gegen den ballrock kämpft du kannst nicht vorbei ich bin ein diener des geheimen feuers gebieter über die flamme von anor oh du scheiße das ist das ding gandalf lässt einfach mal sämtliche tarnung fallen die sonst auf ihm liegt denn er ist einer dieser geister wenn auch ein niedrigerer darauf werden wir noch kommen lässt einfach mal alle tarnung fallen und teilt diesem ballrock sehr detailliert mit womit er sich gerade angelegt hat das ist so quasi der moment wo der undercover cop die die polizeimarke zückt ja dann fucked up son ja aber aber das ist ja das ausmaß ist ja gar nicht also das ist ja nicht zu ermessen ja richtig darum ist es ja diese diese heilige flamme die da war bevor bevor die götter da waren genau das ist so richtig aus dem aus aus gottes nachtschrank kommt kommt dieses ding wo schon melkor nachgesucht hat oder die genau oder die beste übersetzung dieses satzes die ich jemals gehört habe ich bin im auftrag des herrn unterwegs sie können mir nichts tun ja genau also die melodie ist die melodie ist schön die melodie ist harmonisch und dann kommt melkor und beschließt war ist nett ist nett aber ich kann besser und es fängt tatsächlich mit dem eigentlich unschuldigen und nicht bösartigen wunsch an ja die melodie ist cool aber ich habe eine bessere idee ich kann noch eine bessere melodie singen die passt nicht in dieses thema ich könnte mich jetzt hier einbringen und das gesamtthema schöner machen aber ich finde meine grundidee ist besser und ich singe jetzt mal mein grundthema da rein melkor ist ein assi und störe einfach mal alles oder melkor ist eins dieser wunderbaren kinder deren denen man schon in der kita helfen muss sich selbst auszuleben und die pädagogik nur gleich schalt aber wir haben früher in der grundschule immer so eine übung gehabt man man schreibt gemeinsam der geschichte irgendwie jeder einen absatz und dann wird das blatt weitergegeben und du hattest immer dieses eine kind das überhaupt nicht an der an der lustigen camping geschichte interessiert war die anderen da schrieben und eigentlich eine science fiction geschichte machen wollte und an seinem und immer gesagt hat so und an dem punkt wurden tim und tina dann von einem raumschiff entführt genau genau ich versuchte das auch immer hardcore eskalieren zu lassen und der nächste der keinen bock hat schreibt dann drunter aber das raumschiff setzte sie auch sofort wieder ab und sie gingen wieder zelten doch es war alles nur ein traum und als er erwachte saß er wieder am lagerfeuer genau also ja und schnell wurde auch dieses unschuldige spiel letztendlich lediglich zu einem beißen unter welpen bei dem jeder um dominanz stritt genau und das ist so ziemlich das was da passiert ja und das ist halt wichtig am anfang ist es ist es beim bei melkor wirklich mehr oder weniger unschuldiges aber hey ich kann das besser als ihr alle es ist noch noch nicht bei friedrich merz gerade auch es ist noch nicht böswilligkeit ja und zunächst hebt iluvatar die hand gebietet ihm zu schweigen und sich gefälligst mit in das in das thema der anderen einzufügen und es wird noch einmal angefangen und wieder gerät schnell ko dazwischen und iluvatar verändert die melodie ein kleines bisschen so dass sein grundthema immer noch erhalten bleibt und auch die anderen immer noch ihre ideen mit einbringen aber durch diese kleine veränderung fügt sich jetzt auf einmal melkors melodie perfekt ein und passt harmonisch und das macht melkors sauer weil er sich jetzt verarscht fühlt dabei war dabei war iluvatar dieser perfekte pädagoge der das kind sowohl eigenständig hat sein lassen und sich entwickeln als auch allen anderen gerecht wurde und einfach nur die nur den rahmen so erweitert hat dass das ist allen gut ging was eine wunderbare auflösung ist dieses bildes das ist auch dass das können wir auf erziehung auch übertragen das ganz unglaublich dass der wundervolle idee von tolkien das sind die die zwei melodien oder zwei themen die immer wieder genannt werden die zwei melodien die die schöpfung waren und ja melkors grantig weil seine melodie jetzt nicht die einzige ist sondern nur nur mit eingebaut wurde und er merkt verdammt meine meine rebellion war von anfang an sinnlos und ich merke gerade wie ich melko wahrnahmen in diesem anfang natürlich nicht in melko mit irgendwie 18 19 als ich das las und wie ich das jetzt wahrnehmen und das ist ähnlich wie diese lucifer geschichte natürlich ist die lucifer geschichte na ja es ist paradise lost es ist es richtig paradise lost aber dass ich als als junger mensch gedacht habe ach lass den doch hast du eine gute idee der willst besser machen der hat talent lasst ihn sein talent leben und dann denkt man später hat arschloch soll gefälligst in reih und glied fallen und die anderen nicht stören die wollen auch leben müsst ihr irgendwas gemeinsam machen und am ende will man irgendwie nur ja beides gilt das ist dazu erkennen dass jemand wie tolkien da schon schlauer war als du und iluvatar das richtige tun lässt und dann geht es aber trotzdem schief natürlich das darf ich vorweg nehmen und da musst du auch mit leben als dieser weise vater dass und das ist halt auch wirklich dieses paradise lost ding der 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 beste und und höchste und talentierteste ist immer der der am ende rebelliert und das wird sich durch den kommt durch die komplette mythologie durchziehen ja und das macht aus der ganzen nummer tatsächlich so eine these antithese synthese entwicklung wenn irgendjemand bringt ja trotzdem voran ja aber halt nicht so unproblematisch wie man das ich gerne am anfang gedacht hätte sondern alle müssen ihre erfahrungen machen und das ist die große wahrheit mit der du klarkommen musst das ist eine so dermaßige metapher auf leben das ist das schon weh tut das können wir an der stelle schon sagen wenn man nach der einen großen philosophischen lektion von tolkien ganz im werk fragt macht korrumpiert und große ziele große ambitionen korrumpieren auch wenn sie gut sind vielleicht korrumpiert auch großes talent auch das das große talent hätte iluvatar ja ausgehalten dieses angepisst sein dass das große talent trotzdem nicht dazu benutzt wird dicht import zu heben sondern sich mit allen anderen harmonisch singen zu lassen das ist ja eher das problem wenn melko in dem moment gesagt hatte ok ich habe was tolles ich habe es besser gemacht mein vater hat mir den großen gefallen getan das ganze zu verändern damit damit meine größe hier alles besser macht geil ohne den anderen irgendetwas dann dafür zu nehmen genau genau der wolf satt und das schaf ganz aber nein nein das ist ja da merkt man dass diese diese ambition halt nicht rein war genau melko zieht ein galileo ab und geht geht grantig seiner wege dass das jetzt das jetzt komplex das ist jetzt komplex genau wir haben immer noch das galileo nicht nicht in seiner vollen vollen ausmaß besprochen das machen wir mal wahrscheinlich in irgendwie folge zwölf das böse böse kirche podcast genau aber das ist das ist noch science fiction spoiler für die böse böse kirche genau mir drängt sich nur die ganze zeit dieser vergleich auf weißt du mich erinnert das extrem daran was du gestern gesagt hast über über aragon wie der mit mit macht umgeht und mit seinem königsstatus oder überhaupt diese ganzen großen figuren wie gandalf die ganze zeit als gebeugter grauer alter mann durch die gegend läuft und nur einmal sagt kollege das ist jetzt wichtig und du störst schau mal das ist wer ich wirklich bin genau und wie dosiert aragon das einsetzt und ja talent und was können damit muss man vorsichtig umgehen damit darf man anderen leuten nicht auf die füße treten das darf man nicht benutzen um leute zu knechten und das ist das ist die ganz 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 große lehre hier die ganze zeit du darfst gut sein in etwas aber benutze es für die allgemeinheit für die für die gemeinschaft das ist vollkommen okay du wirst dann herausgehoben genug du bist schon herausgehoben genug dadurch größe ist wertlos ohne demut ja genau das also bringen wir die schöpfung zu ende melko hört haut sauer ab und die anderen ein nur erfreuen sich aber unglaublich an der an der schönheit dieses bildes und sie sehen wie dass das lied das sie gesungen haben eine eine welt formt das bild einer welt die entsteht die sich entwickelt und die irgendwann endet und in dem moment in dem es geendet ist erscheint es ihnen als wäre es nur für einen kurzen moment da gewesen und sie können sich gar nicht mehr ganz an alles erinnern was sie gesehen haben und die luvata fragt sie möchtet ihr dass dieses bild wirklich wird möchtet ihr es nicht nur als bild haben sondern als etwas das aus sich selbst existiert und an dem ihr wirklich und real mitwirken könnt und in dem ihr leben und es mit gestalten könnt dass ich wette das hat er sich selbst gefragt nachdem er ide hat tanzen sehen mitten im ersten weltkrieg in seinem urlaub möchtest du dass das bleibt dass das wirklichkeit wird möchtest du da etwas draus machen und als sie ja sagen zumindest viele von ihnen spricht er das wort er es sei und die welt wird real und die unverlustliche flamme wird in ihr zentrum gerückt und einige der ein uhr steigen auf die welt hinab sie ist noch unfertig sie ist so wie sie ganz am anfang des bildes aussah und sie sollen dafür sorgen dass diese welt so wird wie sie im bild war und die mächtigsten die von ihnen herabsteigen und die ersten werden später die valar genannt was übersetzt so viel wie die mächte bedeutet und eine gruppe kleinerer schwächerer geister folgt ihnen und das sind die mayar einige mayar waren aber auch von melkor verführt worden und hatten ihm gefolgt und auch melkor macht sich mit seinem gefolge auf in die welt und während die valar versuchen die welt zu formen und schön und harmonisch zu gestalten wie im bild zerstört melkor alles was sie bauen am anfang noch mit dem gedanken ja nein weg damit ihr seid meinem besseren plan im weg aber mehr und mehr wird da einfach nur kindlicher trotz und wut draus und es wird gesagt je mehr er sich darauf konzentriert die werke der anderen zu zerstören umso mehr verliert er die fähigkeit eigenes zu schaffen bis zu dem punkt wo er es gar nicht mehr kann er kann nichts neues mehr entstehen lassen er kann nur noch bestehendes verändern und verderben das ist wenn man sich zu viel auf facebook aufregt richtig passiert genau das faszinierend das ist wirklich wirklich faszinierend und ja ich versuche muss ich versuche es halbwegs kurz zu fassen und wirklich nur das was für spätere betrachtungen wichtig sein wird und bei diesen maillarder da 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 sind sie schon alle das genau das sind auf melkos seite sauron und auf der anderen sind das leute wie gandalf die ballrocks zum beispiel auch das sind auch mal ja ja genau dass das ist eventuell noch ein wichtiger punkt den man an der stelle anbringen kann die ein uhr seines vala seines maya sind in allererster linie geister sie können als geister existieren und im gegensatz zu den lebewesen die dann auf arder entstehen ist ihre existenz nicht an das vorhandensein eines körpers gebunden sondern tolkin sagt es so buchstäblich sie können körper tragen wie kleidung und sie geben sich körper wie sie ihnen gefallen und die einen fühlen sich eher männlich und die anderen fühlen sich eher weiblich und geben sich entsprechende körper um die einen und es gibt auch welche die machen da nicht viel genau sehr fluid unterwegs genau und dann gibt es halt welche die fliegen einfach als riesige adler um weil ja die die großen adler sind auch mal ja was ihr merkt krass oder das sind so in der in der hackordnung gott der der schöpfer die götter und dann sind die schon auf platz drei genau also das vorsichtig mit hier könnte ich das adler taxi wieder in anspruch nehmen bitte genau da werden wir noch mal groß darauf eingehen wenn wir klären warum hat man nicht die adler genommen aber genau ich möchte darauf hinweisen dass ein elbenkönig gab der eine maja geheiratet hat an dieser stelle genau hatten wir in der letzten voll folge schon bei bärin und lucien genau luciens vater und luciens mutter sind ein elbenkönig und eine maja genau das kann weiß dass das aragon ein nachfahre der beiden ist der hat irgendwie ein acht tausendstel götter blut ja genau das wird ja auch krass alt und so genau aber das ist auch wegen dem elben blut das ist ja auch drin ja und weil er nur menor ist und ja also hat viele gründe als das auch denn der 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 stirbt mit 206 also obwohl er passt wie ein schlott aber nähe so haben so viel selbst so viel selbstkritik dass er das darauf eingeht dass rauchen gesundheits schädliches traut ihn dann doch bei allem nicht das war alles nicht zu nicht die zeit dafür genau also ihr seht was was benjamin sagen möchte hochelben smaschen durchaus mal jahre sowohl im bett als auch in der schlacht wenn es mir immer sehr wichtig danke dass du das danke dass du das niveau wieder ausgeglichen hast gerne gerne immer wieder für sie da der war wundervoll auf der anderen seite erinnert mich der teil der schöpfungsgeschichte ein wenig an die art nordische mythologie zu erzählen nämlich wir haben in diesem lied dass alle zusammen gesungen haben ist ja die gesamtheit der welt in ihrer entwicklung schon drin und am anfang ist die welt ja nur so wie sie am anfang des liedes ist aber alle haben das lied ja schon gesungen das heißt anfang und ende sind schon klar genau aber weil sie es nur einmal gesungen und das bild nur einmal schnell vor sich her laufen gesehen haben erinnern sie sich nicht mehr ganz an jedes detail genau das ist und das ist ganz viel das ist einmal die erklärung warum gott der schöpfer warum iluvatar sich danach davon macht und keine rolle mehr spielt weil für den ist die nummer schon fertig zumindest kaum noch es gibt ein paar wenige momente in denen er mitspielt ja aber grundsätzlich ist das ding für ihn doch abgeschlossen der kann jetzt der kann jetzt sich irgendwie malen zu wenden oder kreuzworträtsel lösen und mal schauen was er darin erschafft aus versehen aber oder oder mit absicht aber dieses dieses ganze arda ding projekt arda ist eigentlich durch ja er freut sich zumindest daran dass seine seine kinder da spaß mit haben genau die auch ein teil von ihm sind weil die sind sein aus seinen gedanken entstanden das ist ja dass das nur das ist so ein bisschen wie athene aus zeus kopf springt aber das ist nicht abzutun weil das bedeutet diese diese ein nur sind ja teil von ihm das ist er bloß frakturiert in mit wir dann schon wieder einzelgeister womit wir dann schon wieder bei pantheismus sind ja man merkt dass ich mich mit theologie auskannte sehr ja ja mit theologie und und geschichte also und wenn du dich mit theologie und geschichte auskennt das bedeutet dass du kennst dich mit den theologien aus genau bei uns wird auch irgendwann mal ein theologie podcast fällig weil ich möchte auch über diese ganzen weltbilder die da drin stecken ob in der jüdischen theologie oder in der protestantischen oder in der katholischen oder 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 sind ja sehr 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 verschiedene dinge und die sind auch extrem wichtig ihr werdet den glauben der menschen im dreißigjährigen krieg nie begreifen können wenn ihr euch mit deren glaubens vorstellung nicht auseinander setzt in welchem zeitalter die jetzt leben und was als nächstes kommt kommt jetzt reiten jetzt die leiter reiter der apokalypse übers land oder müssen wir jetzt nur noch durch einen krieg und dann kommt das zeitalter des heiligen geistes das sind alles alles sehr sehr wichtige dinge aber warum sehe ich hier eine parallele zur nordischen mythologie weil auch da die geschichte der welt eine abgeschlossene ist gleichzeitig man handelt in dieser welt und die götter handeln in dieser welt gleichzeitig wissen wir wie es ausgeht wir haben die geschichte von von tür der der versteht was 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 der wolf möchte und wer ist und der der sich den arm abbeißen lässt von ihm und 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 wir wissen am ende wird wird er das ende der welt einleiten und es wird alles alles zugrunde gehen die diese geschichte ist schon geschrieben und trotzdem gibt es geschichten in ihr die ja nicht alle rückblick sind sondern dass das passiert ja jetzt zumindest in der in der logik der der story und so ein bisschen das haben wir hier bei tolkien auch es ist eine geschichte die schon geschrieben ist und trotzdem handeln wir darin und unsere geschichten spielen darin und das war das was ich am faszinierendsten fand in der nordischen mythologie und ich hoffe ich werde irgendwann mal noch mit mit professor simic darüber bei einer schorle wissen quatschen können das wäre schön und ein paar ein ein paar stellen auf dem auf dem bild dass die ein uhr sahen waren auch einfach verschwommen und waren nicht so gut zu sehen und waren unklar und unscharf erklärt dass die nordische mythologie ist so genau da kommen wir nämlich später noch drauf gibt nämlich nichts das so wichtig ist für tolkien wie bio wolf am ende des tages aber ja ja genau beowulf und jesus alles andere ist zweitrangig genau also melkor zerstört was immer die bala schaffen und verdurbt ihre werke er ist dafür verantwortlich dass es überhaupt raubtiere auf der welt gibt er ist dafür verantwortlich dass es dass es hitze und kälte gibt und nicht alles immer eine ausgeglichene entspannte temperatur hat und am anfang erschaffen die bala zwei große gigantische leuchten eine die sie im norden und einer im süden hinstellen die welt ist am anfang eine flache scheibe ich sage am anfang ja das ändert sich und erschaffen sich genau in der mitte zwischen diesen beiden leuchten eine wunderschöne paradiesische insel wo sie ihr hauptquartier quasi einrichten und von da aus dann stück für stück die welt verschönern möchten und melkor schleicht sich in die welt baut sich seine festung im äußersten norden unter hohen bergen und als er sich stark genug fühlt zerstört er diese beiden leuchten und fällt sie und der der frühling von arda endet es bricht ein großer krieg aus und am ende stellen die war fest ja ja wir könnten ihn besiegen problemlos aber der schaden an dieser welt den dieser krieg anrichten würde wäre zu groß und auch das wird immer wieder kommen wir können das böse besiegen aber zu welchem preis wir können das jetzt mit gewalt lösen aber welche zerstörung richtet das an und das hat man geschrieben dass schon nach dem ersten weltkrieg wusste ja der brauchte die atombombe noch nicht dafür und auch noch nicht das flächenbombardement genau das also ziehen sie sich in den äußersten westen der welt zurück hinter einen großen ozean der sich in zwischen gebildet hat der diesen westlichsten kontinent von dem in der mittel trend der daraufhin mittelerde genannt wird wichtiger punkt er heißt das universum arda der planet mittelerde ist ein kontinent weil diesen aber das möchte ich noch mal betonen ich finde das sehr krass weil die ziehen sich die entziehen sich einem kampf den sie gewinnen könnten und das ist das ist so ein tiefer tiefer pazifismus dahinter und das ist auch das wissen viele nicht aber gerade in großbritannien kam aus dem ersten weltkrieg heraus entstanden sehr sehr viele tief pazifistische gedanken auch diese das denke ich immer ich bin da immer so traurig wenn ich heutzutage gerade heutzutage haben die mit dem endgültig einschlagenden brexit ein bisschen andere sorgen aber wenn ich diese poppy flowers sehe diese plastikblumen dieser plastik mohnblumen an den schwarzen taxis in london oder oder an den revers der leute und es gab so zeiten da konntest du gar nicht ohne das ding aus dem haus gehen weil das war was du unterstützt die truppen nicht du sau die bluten für dich in afghanistan wie kannst du nur und das ist das ist eine unglaubliche korrumpierung tatsächlich das gedanken ist denn darauf darauf basiert diese mohnblume eines mannes der sanitäter war im ersten weltkrieg und der unglaublich ist natürlich erlebt hat und gesehen und der aus als ganz ganz gründlicher pazifist aus diesem ersten weltkrieg nach hause gekommen ist und sehr nie wieder krieg nein kein militär nein nicht die waffe heben dass das waren seine glaubens grundsätze und deshalb hat er diese ganze diese ganze spenden und sich kümmern um leute und mohnblumen als symbol die kaufte man und für dieses dies die waren natürlich an sich wertlos aber die spende war dann das worum es ging und mit ihnen zeigte man dass man gespendet hat dieser tiefe pazifismus war der gedanke dahinter und im modernen großbritannien ist das völlig korrumpiert worden völlig unbesehen und unkritisiert von ganz vielen leuten zu ich unterstütze unsere kämpfende truppe ganz abgesehen davon dass das ein ein staat der zwar in der lage ist für aber milliarden soldaten in den kampf zu schicken aber nicht in der lage ist sich für ein paar millionen um die rückkehrer zu kümmern deren geistige und körperliches geistiges und körperliches wohl eine absurdität ist und das abwälzen dessen auf charity auf spenden und auf private initiativen extrem zynisch ist ja das ist so mein ausflug aber es ist halt ein erster weltkriegsthema und soldaten erster weltkrieg pazifismus kriegs erleben das ist zentral für tolkiens werk deshalb erzähle ich da immer wieder von sie ziehen sich also in den äußersten westen zurück ich hatte das gestern schon mal kurz erwähnt das ist eine ganz bewusste anspielung auf die irische schrägstrich insel keltische bei aller schwierigkeit die der begriff hat mythologie wo das das reich der tuatha de danan der ich habe das mit sicherheit falsch ausgesprochen der der irischen götter im äußersten westen liegt jenseits des ozeans tolkiens anfangsidee war im grunde er wollte eine eine ur britische mythologie schreiben weil er hatte so dieses gefühl mit der mit der angelsächsischen und dann der normannischen eroberung sei so alles was ursprünglich mal an britischer mythologie da gewesen sei komplett zerstört worden auch schon vorher durch die römer und er wollte eine eine ur britische mythologie schreiben das hat stück für stück in seinem werk nachgelassen die allerersten entwürfe da 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 fuhr noch einen engländer nach westen und erreichte das unsterbliche land der 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 götter und wurde da von einem elben unterwiesen in diese ganze geschichte und damit fing das an das war der rahmen das war der gulli war praktisch noch genau das hat er irgendwann fallen gelassen aber diese diese einflüsse sind immer noch da um also ein bisschen auf das gestrige thema und vor uns und vorgestrige thema noch mal zurückzukommen mit nein im westen ist nicht das land der guten weil da in unserer heutigen welt die usa sind sondern weil da die die irischen götter lebten und ja sie verziehen sich auf diesen kontinent ziehen eine gigantische bergkette als 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 wand hoch als schutzmauer und aus den bruchstücken dieser beiden leuchten erschafft jetzt javanna die vala der der pflanzen der natur der fruchtbarkeit zwei bäume und diese bäume das waren erst die leuchten und dann kommen die bäume alles klar genau genau denn den größten job die die valaden nehmen sich halt unterschiedliche aufgaben war man will ist der ist der allerhöchste das ist der der vala des himmels und der winde seine frau ist war da oder elbe das wie die elben sie nennen das ist die die im herrn der ringe immer wieder mit gebeten besungen wird die elben sehr lieben die hat einfach mal die sterne geschaffen ich behaupte was auch immer die anderen weil er auf der erde getan haben war da hat einfach mal unverhältnismäßig mehr arbeit gemacht auf jeden fall hier baum alter schau mal nach oben die sterne weißt du wie groß einer davon ist genau und hier gilt immer immer noch das verhältnis dass das verhältnis copyright das heißt wer sich mehr arbeit gemacht hat genau und dann aus dem somit ja genau es gibt gott wie heißt er richtig ich glaube esse oder so ähnlich viel wichtiger ist sein ist sein spitzname er wird nach seinem garten oft benannt er ist lorien los lorien dass das land von galadriel alles klar ja ja ich erinnere mich irgendwie da war wichtig genau und dann gibt es aule den schmied und und ulmo den herrn der meere rome den jäger und es das sind die das sind die wichtigen mann los den herrn der toten aber der kommt erst später und 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 ist nicht wichtig auch wieder sausage fest es gibt nur nur eine frau und diese ehefrau zwei wirklich wichtige die sternen erschafferin und japaner dann gibt es noch niener die immer nur so als die es klingt im ersten moment furchtbar misogyn sie weint viel für alles leid was auf der welt passiert aber sie ist halt verantwortlich für mitgefühl und mitleid und die ehefrau das das typ mit seinem garten der 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 baller der träume ist ist diejenige die für heilung in jedweder form zuständig ist es ist weißt du was spannend ist ein klitzekleiner ausflug in der deutschen version denke ich immer weil ich in der deutschen version denke denke ich immer aber die bösen spinnen sind alle weiblich dann denke ich nur ja weil spinne auf deutsch weiblich ist das ist es halt weder auf englisch noch noch in meinen slawischen sprachen in denen auf polnisch russisch mit ausnahme der spinne gegen die sam im herrn der ringe kämpft das ist das ist so total süß die heißt kankra und man denkt sich so ah ja kankra das ist so ein das ist so ein original tolkienscher name ja nee so heißt sie nur in der übersetzung im englischen heißt die schilob ja genau 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 und das hat mich viel verwirrt wenn ich zwischendurch was englisches gelesen habe über die spinnen und in den slawischen sprachen übrigens sind spinnen männlich das ist nicht die spiele sondern der spinner ich interessant auf jeden fall ja und die die slawen übersetzen ganz gerne filmtitel das heißt auf spider-man auf russisch ist einfach nur zum piepen ist schreckpunkt ja ich spreche das furchtbar aus verzeihung der mensch spinne richtig super ist zum piepen aber an dieser stelle der hinweis dass batman bis weit in die neunziger auf schwedisch läderlappen hieß das läderlappen genau ja einfach weil die die bei der maus auf schwedisch läderlappen heißt das ist richtig gut dass sowas haben aber auch die slawen auf tschechisch heißt fledermaus netto berg und dass das das einfach das süßeste und das lustigste was ich polnisch sprecher vorstellen kann diese sprache klingt einfach wie ein einziges diminutivum für uns ich werde nicht wieder schottisch und schweizerisch vergleichen aber ja man lachte man lachte aber okay verzeiht meinen spinnenausflug ich wollte nur mal gucken nach den damen unter den göttinnen genau genau wobei ich finde halt die die sternen erschaffen ja das muss das ist einfach mal eine nummer das ist ja die wird halt auch mehr von elben und allen die kulturell von elben beeinflusst wurden mehr angerufen als irgendeine anderer von denen genau hier genau javanna erschafft zwei bäume aus denen aus den trümmern dieser dieser leuchten laurelin und heperion und der eine leuchtet golden der andere silbern und immer abwechselnd wenn einer sehr stark leuchtet leuchtet der andere nur sehr schwach es gibt immer eine stunde wo sich das licht der beiden vermischt wo beide so so auf halbmast leuchten und das gilt als die schönste und beste stunde des tages also die zwei schönsten und besten weil passiert logischerweise immer zweimal und ja lange lange zeit ist alles gut und das licht dieser bäume erleuchtet das segensreich wali nur im westen während in mittel während mittelerde halt nur von den sternen beleuchtet wird und die valar arbeiten aber trotzdem weiter die haben sich dahin zurückgezogen aber gelegentlich machen die noch ausflüge nach mittelerde und bauen da ein bisschen weiter und helfen und gerade oder mir der jäger hat es im prinzip zu seiner einzigen großen aufgabe gemacht auf seinem weißen pferd über die über die ebenen von mittelerde zu jagen und und morgoth diener zu jagen wo immer er sie findet und dann gibt es jetzt erinnere ich mich dann gibt es später so ein hoch elben der wird mit dem immer verwechselt weil da auch so cool durch die gegend an die das ist der ja das ist der typ der der morghoff dann aufs maul hauen will ja und als er darüber reitet schatten mähne ist buchstäblich ein nachfahrer von uromys pferd wir sehen diese diese ganze gandalfigur ist schon also dieser gedanke weil es gibt ja auch immer diese 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 internet pop diskussionen die symbolik ein reiter auf einem weißen pferd brettert wieder über die ebenen mittelerdes und verkündet dass das verkündet den untergang der kräfte des dunklen herrschers ja das wird immer wieder beschworen in all diesen büchern diese symbolik und ab und zu in so internet diskussionen fragen leute ja gandalf hat ist das für ein zauberer das einzige was der kann ist ein bisschen ist eine taschenlampe benutzen da kommen wir noch drauf und jetzt haben wir genau darauf aber jetzt haben wir schon so zwei sachen das pferd diese ganze flammen kiste ist schon der ist schon extrem aufgebaut ja also gandalf ist huge es hat es hat gründe warum er wenig tut er könnte ja er könnte er lässt es nur so also sie helfen immer noch und jetzt wird es wirklich wichtig denn die lubert hatte ihnen quasi angekündigt es werden neben euch noch andere auf diese welt kommen die nicht in eurer melodie erdacht wurden sondern die meine kinder sind die im gegensatz zu euch nicht reine geistwesen sind sondern gestaltlich wie die welt und ich möchte dass ihr diese welt für sie vorbereitet und ich möchte dass ihnen helft wenn sie auf die welt kommen und euch quasi wie große geschwister ihnen gegenüber verhaltet und sie wussten nicht ganz wann diese kinder kommen würden er hatte ihnen gesagt es werden zwei wellen sein sie werden sehr unterschiedlich zueinander sein aber sie werden irgendwann kommen bitte helft ihnen und jetzt gab es eben diese große ankündigung irgendwann werden die kommen verdammt was tun wir mittelerde ist übersät mit monstern bei aller arbeit die wir da machen ist immer noch kein toller ort zu leben und melkor rennt da immer noch rum während man sich also so beriet war aule der schmied ein bisschen ungeduldig wollte nicht warten bis die kinder erwachen er wollte jetzt kleinere wesen haben den er etwas beibringen etwas vermitteln konnte den er seine kunst und sein handwerk lehren konnte also machte er sich daran eigene kinder zu erschaffen und auf seinem amboss zu schmieden und als er gerade fertig mit seinem werk war und feststellte ja es ist cool die können sich bewegen und und herumlaufen und ja gut iluvata hat uns hat uns kurz eine vision gezeigt wie die so ungefähr aussehen werden die kinder und ich habe mich halbwegs daran orientiert aber lange her und ich habe sie kurz gesehen darum sind zwerge etwas etwas dass das format stimmt nicht ganz sind etwas kürzer und etwas breiter als die anderen genau das ist ein bisschen verzerrt so und er hat aus gedächtnis gezeichnet und in dem moment wo er gerade fertig sind ja cool hört also quasi iluvata über seiner schulter so sieht nicht schlecht aus und er entschuldigt sich ganz groß für seine für seine für seine arroganz aber er ist ein bisschen süß darin das ist halt nicht irgendwie so ein melkor vergehen das ist das ist der sagt dass es letztendlich ist dass silmarillion auch so ein bisschen tolkien überarbeitet das prinzip gott genau und er überarbeitet auch das prinzip alttestamentarischer strafen der gott also der ungehorsame sohn wird nicht für ein ding sofort verstoßen iluvata weist ihn erstmal zurecht und erklärt hier schau dir deine arroganz an sie sie dir an es sind im grunde nur automaten sie können sich nur bewegen wenn du ihnen aktiv den willen dazu eingibst du kannst sie fernsteuern aber sie leben nicht aus sich heraus und aule entschuldigt aule entschuldigt sich für seine arroganz und will seinen hammer nehmen und sie zerschlagen und in dem moment erschrecken sie vor dem hammer und ducken sich und er hält inne und iluvata sagt du hast dein werk nicht aus arroganz geschaffen sondern wie ein kind dass die werke des vaters nachahmt siehe deine kinder haben eigenes leben und ich will ihnen erlauben auf der welt zu leben aber sie sollen nicht die ersten sein die auf der welt erwachen schicke sie schlafen an den wurzeln der berge und sie sollen erst erwachen wenn meine erstgeborenen erwacht sind also die die schöpfungsgeschichte der zwerge ist wunderschön und weil deine kinder nicht zu meinen kindern gehören wird es oft streit und missverständnisse zwischen ihnen geben also schickt er die zwerge schlafen und sieben väter waren es ursprünglich die er geschaffen hat das ist für die zwerge sehr sehr wichtig der der es gibt sieben große zwergenvölker das größte und wichtigste ist das von durin und dieser durin wird sieben mal wieder geboren werden also sechs mal es wird sieben durins geben nachdem der erste gestorben war es irgendwie jahrhunderte später ein zweiter geboren wurden geboren worden der dem ersten in aussehen und und persönlichkeit und allem anderen so unfassbar ähnlich war dass die zwei gesagt haben das ist die wiedergeburt und er wird sieben mal geboren werden und nach dem siebten ist es schluss mit den zwergen und zum zeitpunkt der herr des herrn der ringe gab es sechs durins okay das ist ein wichtiger ein wichtiger punkt im herrn der ringe dass das zeitalter der menschen anbricht und das zeitalter der elben und zwerge so so wirklich langsam endet ach deshalb alles klar genau er ist auch wirklich wirklich spannend für den hobbits selbstverständlich also ja sie sie wissen irgendwann und ziemlich bald werden die erstgeborenen kinder erscheinen und wir müssen uns überlegen was wir dann tun oder mehr geht jetzt immer häufiger raus und reitet bis in den äußersten osten mittelerdes in der hoffnung dass sie die ersten sind die die kinder finden und nicht melkor und gleichzeitig überlegen sie was was sollen wir tun war da die sternengöttin schafft als drohung und als erinnerung an morgoth und als eine eine hoffnungsbotschaft an die bewohner mittelerdes wir sind noch da wir haben euch nicht aufgegeben eine große sichel aus sieben sternen und hängt sie ans nördliche firmament ja das ist der große wagen gleichzeitig unterhalten sich javanna und aule die sind nämlich verheiratet und javanna meint ja es ist cool dass du da deine kinder geschaffen hast und das iluvatar so nett war dir das durchgehen zu lassen aber hör mal die werden brennholz brauchen und sich häuser bauen müssen und die machen meine bäume kaputt und meine bäume können sich nicht wehren das irgendwie blöd er sagt ja kann ich jetzt auch nichts dran machen immer zum chef und frag mal um die lösung ist nicht irgendwie in nachhaltigkeit investieren sondern die die lösung ist ernst darum gibt es eins genau das krasse ist wir sind immer noch sehr am anfang das sind wir uns übrigens der rest wird relativ wird wird relativ schnell gehen wir werden durch die eigentlichen stories des silmarilions relativ schnell durchpeitschen aber dieser world building krempel ist halt wichtig und um den geht es ja auch in dieser in dieser folge darum darum geht es uns und warum ich das sage ist weil diese ganzen gestalten kommen uns jetzt so nahe vor und wir sagen immer hey das ist der und der im herr der ringe gratis ist der herr der ringe so unendlich weit entfernt der herr der ringe ist eine geschichte vom ende da geht alles schon zu ende die die zwerge liegen tot in ihrer mine und die die elben machen sich auf und wollen auch eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben der einzige der noch so ein bisschen eingreift ist dann tatsächlich legolas der weil er halt so jung ist und noch noch ein bisschen im saft steht aber alle anderen haben eigentlich keinen bock mehr und es ist das zeitalter der menschen dass dann das dann wirklich dieses magische zeitalter beendet und so zu uns über führt letztendlich genau und diese anfänge im silmarilion das ist so unendlich weit weg und wenn wir sagen jetzt kommen die ends da kam kam gandalf mit oder sauren das zeigt eigentlich eher was für unglaublich legendäre figuren das sind wie alt die sind und wie wie sehr verwurzelt verwurzelt mit der welt genau das genau das ja genau sie schlagen eine 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 kerbe in diese in diese bergwand die sie geschaffen haben um ihr land zu zu schützen damit wenigstens ein ein strahl vom licht der bäume in die welt hinaus scheinen möge und es im zweifelsfall einen zugang gäbe für diejenigen die sich zu ihnen flüchten und eines tages auf seinen ausritten begegnet rome tatsächlich den erwachten ersten kindern sind am ufer eines sees erwacht sind nur unter dem licht der sterne gewandelt und sich selbst haben sie in ihrer eigenen sprache die quendi genannt was die sprechenden bedeutet was ich sehr witzig finde ja dass die eigenbezeichnung der elben ist in ihrer wort bedeutung identisch mit dem wort slave genau ist die die eigentlich relativ vieler völker anderen worten betrachten sich selbst als diejenigen die normal reden und die anderen reden komisch mit anderen worten welcome to even der comrade frodo ja je tiefer man in die geschichte einsteigt desto komplexere memes gibt es genau dummerweise hat morgoth sie aber schon melkor melkor zu dem zeit noch sie aber schon als erster gefunden und hat angefangen einige von ihnen zu entführen aus diesem grunde fürchten sie sich zuerst vor und er braucht eine ganze weile bis sie kapieren dass das er anders ist und er nennt sie in ihrer sprache das volk der sterne die el da und er bietet ihnen jetzt an guckt mal hier die die welt ist gefährlich und wir können euch von dahinten aus nicht wirklich beschützen diejenigen von euch die möchten können mitkommen ihr könnt bei uns leben und gleichzeitig bauen die valar eine armee auf und ziehen nach norden und fordern morgoth melkor zum kampf heraus schleifen seine festung packen ihn binden die in den ketten und schleifen ihn als gefangenen ebenfalls nach nach valinor und der grund ist wirklich dieses entsetzen letztendlich über das das verbrechen an den elben in der version die im silmarillion steht genau wir haben in der letzten folge darüber gesprochen dass das mit den orks von tolkien mehrfach über überarbeitet wurde aber genau in der version im silmarillion ist als als letzter die entscheidung okay doch wir müssen krieg führen wir müssen ihn stoppen weil das ist die frage warum sie ihre meinung ändern am anfang haben sie gesagt nee weil wird der welt zu viel schaden zufügen und dann doch ich entschuldige mich falls man hier zwischendurch so so laute hammerschläge hört der vermieter über uns haut gerade das parkett raus aha ja das macht er schon eine weile es ist eine geißel einiger unserer podcast genau die diesmal ist es wenigstens kein wandschleifer das hatten wir auch schon genau da ist es eben dieses er hat nicht nur elben entführt sondern er hat sie so lange gefoltert und die gefolterten elben miteinander gezüchtet dass irgendwann die orks daraus geworden sind und da ist dann da ist der kaffee auf also wenn wir die hammerschläge irgendwie inkorporieren wollen hätte ich ja einen vorschlag wir reiten wir leiten möglichst schnell über von melkor zu morgov und der hat dann doch ein hammer oder genau genau auf jeden fall nicht alle elben machen sich überhaupt auf den weg und von denen die sich auf den weg machen brechen viele auf der route ab aber einige erreichen schließlich die westküste mittelerdes und man macht sich in drei großen gruppen auf ulmo der der balla des meeres löst eine insel und und macht die als schiff quasi bereit aber selbst die insel ist nicht groß genug um alle mitzunehmen also soll man in drei großen gruppen reisen die erste und die zweite gruppe kommen relativ gut rüber aber für die dritte dauert zeit am längsten und deren könig geht quasi erst mal wandern und begegnet in einem wald im äußersten westen mittelerdes der maja melian und es wird es wird so wunderschön beschrieben sie begegnen sich auf dieser lichtung schauen in die augen des anderen und als sie den blick wieder voneinander lösen stellen sie fest dass 1000 jahre vergangen sind an welchem punkt der rest seines volkes ihn einigermaßen verzweifelt sucht sage mal wo treibst dich rum ein teil ist unter seinem ist unter seinem jüngeren bruder los nach westen und ein teil ist geblieben um ihn zu suchen den wird auch angeboten ja ist kein problem also wir bringen die insel auch noch mal rüber für euch aber dieser dieser könig elwe der jetzt elu single genannt wird graumantel entscheidet sich nein ich bleibe hier ich habe all mein stück göttlichkeit hier dass ich haben möchte und sein volk bleibt bei ihm das sind dann das ist dann der große unterschied man hat die hoch elben das sind die die nach westen gezogen sind und unter dem licht der zwei bäume bei den wala gelebt haben man hat die dunkel elben das sind die die in mittelerde geblieben sind und es nie verlassen haben die sich entweder nie auf die reise gemacht oder sich auf der reise verstreut haben oder da geblieben sind wo sie waren und es gibt die grauelben das sind die die mit elu single mit elbe graumantel dort geblieben sind am äußersten westmeer an der äußersten westlichen küste und zumindest unter einer maillard als königin gelebt haben und und wer ist da jetzt wer von den leuten die wir jetzt zum beispiel aus dem herr der ringe kennen legolas ist ein grauelb sein sein vater und großvater stammten aus aus dorias das ist das reich das finger sich da aufbaut ja herrschen aber größtenteils über wald elben die dunkel elben sind in los lorien haben wir noch hochelben ja gut elrond ist irgendwie alles das ist gut gut vernetzwerkt ja er und ist eine furchtbare promenadenmischung glorfhindel galadriel galadriel ist ist eine hochelbe genau und die macht halt auch das finde ich so schön die macht dann auch so hochelben dinge also der moment wo der herr der ringe vorbei ist und sie da zu dunklen festung marschiert und die kurz mal platt macht das ist so richtig hochelben will hochelb ja das ist so gut genau das ist ja genau finde das auch ein hochelb laufen ist auch ein hochelb ja und wenn man also auf die unterscheidung kommen wir noch und wer halt wirklich dass das buch genossen hat also mich hat dieser dieser glorfhindel auftritt da an der fort einfach so dermaßen nachhaltig beeindruckt weil weil das buch erzählt ja so klein das ist ja dieses endzeitalter und dieses großart dieses dieses graunde der hochelbe erleben wir da einfach nicht mehr wirklich oder nur in ganz ganz winzigen momenten scheint da was von dieser alten größe durch und das ist einer dieser momente und ich habe den extrem gefeiert genau wir haben ihn gestern schon beschrieben der letzten folge aber wir können es heute gerne auch noch mal tun frodo reitet alleine durch die fort besser gesagt er liegt halbtot auf glorfhindels pferd während das durch die fort reitet und sieht weil er schon halb durch seine wunde mit diesem morgen messer schon halb in die geisterwelt herüber geglitten ist nicht nur das physische sondern auch das geistliche darum herum und er sieht die neuen reiter die auf der anderen seite der fort sind und die fort schwellt an dem punkt schon an es ist nicht so dass sie ausgetrickst werden die fort schwellt an dem punkt schon an und hinter ihnen erscheinen aragon und glorfhindel mit fackeln in der hand und frodo sieht glorfhindel einfach gehüllt in licht zu einem ausmaß dass es ihnen blendet jenseits von und böse und wie in flammen stehend und sein gesicht an einen ein purer ausdruck von zorn der spürbar und anfassbar ist gandalf drückt es später so aus du hast einen hoch elben in seiner zorn gestalt gesehen und die reiter entscheiden sich für den fluss ja weil ja da würde die mädchen weil wir sind einfach nur so ein bisschen verzauberte menschen hat das also wenn wir jetzt ein paar ball rocks wären könnte man es probieren was sind wir nicht genau zu mal glorfhindel erfahrung mit ball rocks hat genau also da auch da ich sag ja probieren ja genau lass mal lieber schwimmen gehen das sind hochelben eine andere gruppe bleibt die werden auch zu den grauelben gezählt aber sie leben nicht unter singholz herrschaft sondern leben wirklich direkt an der küste und werden zu großen schiffsbauern und deren anführer heißt kirdan und das ist immer noch der der am ende des herrn der ringe über das westlichste elbenkönigreich in lindon herrscht das ist so wenn man diese karte sieht von mittelerde westlich des auenlandes gibt es noch mal so eine bergkette die blauen berge da lebt auch eine kleine zwergenpopulation torin und seine leute lebten vor dem hobbit dort als als flüchtlinge und westlich davon an der küste ist lindon das westlichste elbenkönigreich da sind die grauen an pforten wo sie am ende des des dritten teils nach westen segeln und da herrscht kirdan und das ist immer noch derselbe typ und ich möchte anmerken als als zwerg bist du nach ein paar hundert jahren immer noch ein zugezogener also das ist dieses als flüchtling ist kirdan ist kirdan hat keine eltern kirdan ist ein erwachter einer der ersten die da am see aufgewacht gott im himmel alles klar und der der hängt da immer noch rum und baut schiffe und der gibt gandalf den ring und ist alt genug dass er als elb einen bart hat einfach mal really fucking old genau also in drei zügen haben sich die elben also aufgemacht ins segensreich und werden das feierlich empfangen und mit allem bedacht womit man sie bedenken kann und ihnen wird alles mögliche beigebracht und sie erdenken auch selbst viele tolle dinge bringen sich mal da noch etwas bei wie man einen ballrock filetiert in drei einfachen schritten sie sind zum beispiel die ersten die auf die idee kommen edelsteine tatsächlich zu schleifen und in irgendwelche coolen formen zu bringen dass das gemmenschneiden wie es tolkien so schön nennt sie sind die ersten schrift entwickeln und so weiter und so fort und lange zeit ist alles gut aber stückweise unterscheiden sich diese drei völker voneinander die letzten die gekommen sind haben gesagt ja in all dieser wartezeit haben wir uns sehr in das meer verliebt und eigentlich wollen wir nicht hinter den bergen leben wir wollen am meer bleiben also bauen sie sich eine wunderschöne stadt al qualonde direkt außerhalb der 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 spalte in den bergen dass sie quasi noch dass das licht noch mitbekommen dass zwischen den bergen in den durch scheint aber am meer leben können und da wunderschöne weiße schwanenschiffe bauen dann gibt es die vanjar das sind die ersten die gekommen sind die sich durch blonde haare auszeichnen was sonst unter elben relativ selten ist legolas sollte nicht blond sein als grauelb sollte er braune oder oder wenn überhaupt silberne haare haben naja vorsicht sonst machen wir das fast mit dem rassismus noch mal auf hier da ist es halt leider so merkmale merkt man genau phänotyp außerdem wie viele generationen haben die elben so naja das stimmt das sind nicht das sind für viele ja das ist das ist wacht durch du hast die du hast die augen deines großvaters bedeutet quasi ja genau du hast die original augen die eluvata aus irgendeinem irgendeine pampe zusammen gematscht hat genau das ja diese diese die vanjar die sind die die am meisten direkt bei den valar und mayar leben und direkt in deren großer goldener stadt und sich da quasi perfekt integrieren und dann gibt es die noldor die noldor sind quasi die die technisch interessierten die die mit forschungsdrang und aber auch mit mit ambitionen nach größe was aus sich machen was eigenständiges tun und die bauen sich eine stadt genau in dieser bergspalte genau in diesem tal quasi das beste aus beiden welten und das sind die die das gemmenschneiden erfinden die das schreiben erfinden die eine eigene form der metallverarbeitung entwickeln und 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 soja werden wir nehmen eure eure lehren gerne an aber wir machen dann was eigenes und cooles draus lange zeit ist alles gut und dann entscheidet man irgendwann ja so cool melko hat jetzt mal seinen dienst abgeschlossen sondern seine seine haftstrafe er hat auch ganz doll gesagt dass es ihm leid tut also lassen wir den jetzt mal wieder frei okay und alle so bad idea don't do it genau und er gibt sich auch ganz ganz reumütig er ist der fürst alle lügen genau möchte helfen die wunden die er der welt zugefügt hat wieder zu heilen und möchte sich ganz nützlich machen möchte auch gerade sich bei den bei erstgeborenen kindern entschuldigen und geht deshalb oft unter denen umher und unterhält sich mit ihnen und entdeckt ziemlich bald ja ja mal in noldor habe ich gute habe ich gute möglichkeiten mit denen kann ich mich gut unterhalten und unter denen wurde als könne als als sohn ihres königs finde der junge feanor geboren und finden wir war schon voll der brecher oder ja gut die hatten wenig chance irgendwas zu brechen aber ja genau der gegenwärtige könig der der gegenwärtige könig der war ein jahr ist am ende des herrn der ringe immer noch derselbe der die geführt hat als sie sich im osten auf den weg gemacht haben das ist auch so ein erwachter der heißt ingwe ja die drei könige der der drei gruppen hießen ingwe elfe und finwe das ist ja ja das hat mit damit zu tun dass das halt ein alter wortstamm ist weil das waren die namen der ganz ersten genau und ja diese diese waren ja spielen 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 im grunde nicht wirklich eine große rolle interessant ist feanor der name bedeutet übersetzt feuergeist oder feuerseele hat quasi bei seiner geburt und bei der schwangerschaft mit ihm so viel kraft aus seiner mutter gezogen wie sie selbst ist ausgedrückt das hätte für fünf kinder gereicht dass sie bei der geburt stobt und gigantischer schock oh mein gott eine 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 elben ist gestorben und dann auch noch hier im segensreich wo es keinerlei gefahren geben sollte ja du das ist auch wirklich gefährlich was stell dir vor elben fangen an elbinnen fangen an bei der geburt zu sterben werden dann wiedergeboren dann sterben deren mütter bei der geburt der wiedergeborenen und dann ich sehe da ein gefährliches exponentielles wachstum wenn sich das einschleicht ja aber hier wird es halt wirklich so erklärt es war keine komplikation oder sonst was sondern sie hat quasi alles alles an ihrem wesen in dieses eine kind gesteckt und feanor der natürlich der unglaubliche liebling seines vaters ist es nicht so dieses ding finde gibt ihm nicht die schuld für den tod seiner frau sondern im gegenteil du bist alles was ich noch von ihr habe und feanor ist mit abstand das begabteste und größte und mächtigste und weiseste aller kinder illuvatars jenseits von gut und böse das problem ist feanor weiß das und wie wir mittlerweile tolkien kennen ist das problematisch feanor hat erstens ein ego das noch mal größer ist als er selbst und zweitens keinerlei impulskontrolle so so gar keine ja das nicht so gut und dann heiratet sein vater noch mal nämlich eine band ist gar nicht meine richtige mutter genau nämlich eine waren ja und hat noch mal zwei söhne mit der waren ja erinnere mich noch mal war das waren die allerersten die die blonden die 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 mit den göttern zusammenleben die erste gruppe die sich aufgemacht hat die erste gruppe sich aufgemacht danke genau die die wirklich im segensreich direkt mit den gottern leben und da super glücklich sind die haben zwei kinder zwei söhne und die haben auch noch mal haufenweise kinder die in der späteren geschichte eine große rolle spielen werden und eines davon ist galadriel darum ist galadriel blond ja das waren noch die zeiten als elben tatsächlich kinder kriegten das war noch bevor da dieses buch waren ja schaffen sich abgeschrieben wurde da haben die noch population gezeugt galadriel ist feanors nicht genau und feanor ist unfassbar eifersüchtig auf diese anderen beiden söhne zumal die sich halt auch null von ihm profit provozieren lassen sondern so 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 super schille du sind was er als als arroganz auslegt und ja läuft nicht gut läuft sogar nicht gut so überhaupt nicht mit galadriel hat im ersten moment so ein bisschen eine faszination wenn er wenn er will eine haarsträhne von ihr haben bittet sie dreimal um eine und wird dreimal abblitzen gelassen und das ist im übrigen der grund warum gimme als er um eine haarsträhne von ihr bittet und ihr erklärt warum er drei bekommt das ist das ist ein major groschen du erklärt das bitte lang und breit das möchte ich lang und breit erklärt haben weil ich weiß noch nicht ob mein groschen zu ende gefallen ist warum okay feanor will ihre haare die selbst für banyard verhältnisse als unglaublich golden und glänzend gelten zur zur grundlage eines werkes machen er will sie in edelsteine einschließen und als 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 wunderschönes kunstwerk formen und sie erkennt okay ich soll dir da quasi nur material liefern damit du mit deinem großen kunstwerk angeben kannst das ist ein bisschen hashtag feminism oder und als gimli sie nach ganz viel zögern und nachdem sie ihn quasi zwingt hörmer du musst aussprechen was du von mir haben willst sagt nun wenn die herren es mir so sagt und ich habe gesagt es ist eine unerheuer ungeheuerliche bitte dann hätte ich gerne eine strähne des haares der herren und sie fragt warum das möchtest du damit ich würde sie in ewigen kristall einschließen und als erbstück meiner familie bewahren als zeichen der freundschaft zwischen wald und berg und sie gibt ihm drei auch das ist das ist toll weil ich meine guckt euch das an tolkien schafft erst mal diesen diesen fantasy mythos diesen ein der wirklich langlebigsten durchgehendsten fantasy mythen überhaupt elben und zwerge können sich nicht leiden und dann begräbte aber dass das dann wieder auch da gibt es im herrn der ringe eine großartige szene als sie vor galadriel kommen warum geben die überhaupt so fasziniert von ihr ist man hat diese szene diese diese auch im film gibt keleborn ihr mann erklärt wo ist gandalf sagen ja es ist in moria geblieben gegen ballrock gekämpft und keleborn rastet komplett aus warum seid ihr nur durch moria gegangen diese verdammten zwerge ich habe es immer gesagt die vollidioten würden eines tages zu tief graben er ist ein grauelb die würden eines tages zu tief graben und galadriel die eine noldor ist und deshalb die die handwerker die wissenschaftler die forscher quasi in ihrem verständnis näher an den zwergen dran ist weist ihn vor den gästen und dem hofstaat zurecht und sagt wenn der herr keleborn hätte aus los lorien flücht flüchten müssen und wenn er auf seinem späteren weg daran vorbeikäme könnte er widerstehen und man es einmal sehen zu wollen und sei es auch in ruinen und schaut dann gimli an und erzählt sie sind deutlich vorher aus erregion einem land westlich der nebelgebirge das sind diese ruinen durch diese wandern kurz bevor sie versuchen den karadras zu überschreiten und dann durch die minen müssen das war ein elbenkönigreich da wurden die ringe geschmiedet da werden wir noch drauf kommen die sind von da aus geflohen durch moria nach los lorien als das gefallen ist am ende des zweiten zeitalters und galariel schaut gimli an und erzählt ich erinnere mich noch gut an die hallen von kazat doom und den see von kelezeran und zählt alles auf und auf zwergisch gimli der aufgewachsen ist mit der elben sind allesamt irgendwelche arroganten arschlöcher die uns nicht leiden können kriegt hier gerade maximum empathie die höchste elbin in mittelerde die auf zwergisch dass das erbe seiner kultur bewundert und ihn verteidigt ja man ja ja das was anderes als body ist blond und die ist schön man ja das ist das ist völlig krass das ist eine unglaubliche szene tatsächlich ich bin hier auch gerade echt echt mitgenommen weil dass das habe ich auch nie so für ganz verstanden weißt du habe ich nicht nicht ganz begriffen und es ist ja so okay so viel so viel zum thema hier rolle der frau und misogynie das ist das ist sie die tatsächlich zu ferner sagt nee ich bin hier bin hier kein kein zierrat genau und die zu kim kimli sagt aus einer ganz anderen situation aus der ganz anderen position heraus was süß läuft ja hier hast du ja er hat um einige ferner hat dreimal gebeten und ist dreimal abgeblitzt gimme hat einmal gefragt und hat drei bekommen quasi die ferner nicht bekommen hat genau ach das ist das ist echt hammer ich traue galadriel auch zu dass das so ein finales letztes fuck you an ferner das passt gut zu ihr galadriel ist halt auch so ein so ein komplexer charakter oder kommen wir gleich noch drauf weil jetzt nimmt so langsam fahrt auf und während diese streitigkeiten da wachsen und ferner halt arroganter wird und eifersüchtiger auf seine auf seine brüder und seine stiefmutter ja wir schaffen die eineinhalb stunden heute nicht das wird länger das bleibt er schafft er sein bis dahin mit abstand größtes werk die silmaril drei edelsteine in die er das licht der beiden bäume zum zeitpunkt wo es sich vermischt eingefangen hat das hast du so schön eingearbeitet vorhin was die schönste tageszeit ist genau und die dieses licht abgeben und zwar ohne sich zu verbrauchen man muss die nicht wieder aufladen oder sonst was sondern dieses dieses licht glüht jetzt in ihnen auch wenn sie von den bäumen weg sind leuchtet dieses licht noch aus ihnen heraus und alle bewundern sein unglaubliches werk übrigens zur 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 pettiness von feanor er ist quasi dafür verantwortlich dass die noldor sogar anfangen eine andere sprache zu sprechen als die anderen völker oder besser gesagt einen einen sprach eine sprachverschiebung nicht mitmachen weil er der ansicht ist dass in dieser neuen sprachverschiebung der name seiner mutter scheiße klingt alles klar das ist so ein bisschen tolkins verbeugung an die leute dies nicht aushalten wenn sprache sich verändert genau so dass das ist der level auf dem dieser kerl operiert und alle sind unfassbar begeistert von den silmaril und das ist natürlich für ihn nur noch nur eine eine noch größere boost für sein ego und ja aber melkor arbeitet im verborgenen und stachelt stachelt die 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 streitigkeiten immer weiter an und fängt an den monodor einzuflüstern schaut euch doch an was ihr hier großes vollbringt und schaut euch an was ihr großes ohne die valar vollbringt haben die euch wirklich hierhin geholt um euch zu beschützen oder haben die euch hierhin geholt um euch klein zu halten um euch überwachen zu können damit ihr nicht weit weg in mittelerde fernab von deren beobachtungen groß und mächtig werdet und am ende eine bedrohung für sie darstellt und die noldor fangen an immer weniger in die stadt der valar zu gehen und fangen an insgeheim waffen zu schmieden auch wenn sie sie nicht öffentlich tragen und an irgendeinem punkt eskaliert es so weit dass feanor und fingolfin der zweitgeborene seines vaters in dessen thronsaal schwerter ziehen und fast aufeinander losgehen an welchem punkt erstens feanor verbannt wird er darf auf dem kontinent im äußersten westen bleiben aber nicht im segensreich direkt und baut sich eine neue festung etwas im norden der alte könig der seinen sohn über alles liebt zieht mit und zum anderen wird jetzt erkannt dass melkor daran schuld ist dass der die gegeneinander angestachelt hat und wir machen so ein bisschen könig lieren umgekehrt und weil die valar das ist halt auch so ein wichtiger punkt die sind bei all ihrer weisheit halt bosheit nicht gewohnt und können damit nicht umgehen und können sich nicht vorstellen dass jemand einfach unverrückbar böse ist die sind so ein bisschen auf diesem niveau wie die leute die dir in sozialen netzwerken erklären ja ja aber wenn ihr die afd jetzt nazis nennt dann treibt ihr die ja nur noch mehr in den extremismus ihr müsst ja jetzt verständnis für die haben und genauso ist das halt so ein bisschen mit melkor ja 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 er hat es halt noch nicht so ganz verstanden aber wenn wir noch ein bisschen zeit geben dann wird er das schon einsehen also kriegt der so ein bisschen time out auf der stillen treppe und wird ebenfalls verbannt zumindest so klug sind sie zu sagen aber nicht in dieselbe richtung wie feanor nicht dass ihr beiden euch da zusammen tut also flieht melkor nach süden und trifft dort ganz im süden des kontinentes wo sich auf dem schmalen landstreifen zwischen den bergen und dem meer wo der schatten der berge tief genug ist dass aus seinem blickwinkel nicht einmal mannwe hineinblicken kann der höchste der vala die alte spinne und golians verbirgt ein wesen von dem niemand so wirklich weiß wo es hingehört sie ist weder vala noch maya niemand weiß wirklich was es ist tolkien kann wirklich gut horror schreiben und tolkien hatte verstanden der die wichtigste regel von horror ist je weniger du erklärst desto gruseliger das unbekannte ist immer furchterregender und ja diese unfassbar böse unfassbar alte unfassbar mächtige spinne lebt dort hat die ganze gegend in dunkelheit gehüllt denn sie kann dunkelheit weben ihre fäden sind eine dunkelheit die licht verschlingt die nicht nur die abwesenheit von licht ist sondern licht licht verschlingt licht verzehrt licht auslöscht aber gleichzeitig dürstet es die nach licht sie ernährt sich davon und morgoth bietet ihr einen deal an melkor immer noch melkor und sagt pass auf ich weiß wo du licht findest richtig richtig cooles licht und sie beide machen sich jetzt auf überschreiten die berge und gehen ins segensreich und melkor legt einen zauber der dafür sorgt dass sie und dass das sie verborgen bleiben ja ich erinnere mich und so kommen sie an die zwei bäume melkor stößt einen speer hinein in beide und ungoleans trinkt sich satt und ein schrecken fährt über das gesamte segensreich dass niemand es wagt nahe zu kommen und aus seiner behausung zu gehen und als das gesamte licht der bäume verloschen ist und endlich der alarmschrei tönt fliehen die beiden nach norden und über das eis des nordens nach mittelerde auf dem weg aber will melkor sich auch noch die silmaril holen weil er auch die begehrt feanor war zu dem zeitpunkt nicht zu hause der sollte wieder vor den rat der balad treten um zu verhandeln ob er wieder zurück darf aber sein vater und die silmaril hat er in seiner festung im norden gelassen und melkor klopft an die feld an die pforte der festung und fordert vom alten könig finden wir die herausgabe der silmaril und der verweigert und wird von melkor erschlagen und er nimmt sich die silmaril gleichzeitig erkennt man im segensreich was passiert ist die zwei bäume wurden zerstört und sie liegen da im sterben feanor ist ebenfalls da weiß aber noch nicht was im norden passiert ist dass sein vater tot und die silmaril gestohlen sind man sagt ja die das einzige womit wir die bäume jetzt vielleicht noch retten könnten während die silmaril mit deren licht könnten wir sie vielleicht heilen und wieder herstellen und feanor sagt nein das ist meine schöpfung das ist mein werk wenn ihr die benutzt um die bäume zu heilen werden die zerstört ich gebe euch die nicht dafür dann erst kommt ein bote und informiert ihn darüber dass sein vater tot ist und die silmaril gestohlen ab dem punkt ist es nicht mehr wichtig aber eben er hätte sie nicht einmal rausgegeben wenn er sie gehabt hätte das ist noch wichtig tatsächlich und feanor rastet aus also komplett so richtig er nennt melkor jetzt morgoth was übersetzt der dunkle feind bedeutet und er schwört rache und er versammelt sein volk und hält eine flammende rede die trotz allem obwohl sie sich auf den weg machen wollen um rache an morgoth zu nehmen immer noch voll von morgoths lügen ist heißt immer noch alles drin die bala haben uns hier nur gefangen gehalten wir wollten uns nur klein halten und kontrollieren und seht doch an sie konnten uns nicht beschützen sie haben gesagt das ist zu unserem schutz seht uns an seht euch an was es uns gebracht hat wir gehen jetzt wir gehen wieder nach mittelerde wir holen uns die silmaril zurück wir nehmen rache an morgoth und dann bauen wir uns in mittelerde eigene reiche auf und viele viele folgen ihm selbst sein ältester bruder folgt ihm nur der jüngste bleibt aber auch dessen kinder gehen mit darunter eine junge galadriel und jetzt machen sie sich auf den weg und es gibt theoretisch einen fußweg nach mittelerde an den äußersten norden des westlichen kontinents und dann über das pack eis aber der ist halt die pure hölle aber halt es gibt ja noch die tellerie dass die dritte gruppe die da in ihrem schönen schwanenhafen leben die haben schiffe das heißt man geht zu ihnen bewaffnet und bereit und sagt hier wir wollen wir wollen rache nehmen und uns unserer unser eigentum zurückholen gebt uns bitte eure schiffe sagen nö das ist nicht okay wie ihr euch da benommen habt eure idee ist blödsinn ihr rache nehmen an einem wala ist klar außerdem hier wir mögen eure lügen gegen die gegen die wala nicht wir machen nicht mit und daraufhin werden sie allesamt abgeschlachtet nicht allesamt aber es gibt ein ziemliches blutbad die noldor nehmen sich die schiffe und ja da mischt galadriel mit als junge frau und ja man macht sich dann nach norden auf denn nicht alle der großen volksgruppe die sich auf dem weg gemacht hat passen auf die schiffe und man überlegt noch okay wie machen wir das erst mal ein bisschen weiter nach norden laufen da ist das meer schmaler und dann im zweifelsfall in mehreren fuhren kriegen wir hin auf dem weg treffen sie mandos den herrn des schicksals und der toten und der verkündet ein strafgericht über sie und sagt ihr dürft nie wieder hierhin zurück gehen wenn ihr jetzt geht an dem punkt drehen einige um aber viele werden dadurch nur noch mehr verhärtet und an dem punkt beschließt feanur eigentlich mag ich meine brüder ja nicht und ich traue denen nicht und wir haben nicht genug schiffe für alle also packt er mit seinen söhnen und den wichtigsten leuten denen bei denen er sich sicher ist dass die ihm loyal sind sich auf die schiffe setzt über und verbrennt die schiffe am hahn am ufer mittelerdes und das feuer sehen die anderen auf der anderen seite des meeres und machen sich auf den langen weg über das packeis sie sind nicht zurückgegangen interessant nein nein die sind mitgekommen trotzdem aber mit einem ziemlichen ok wir holen uns die silmaril hauen morgoth auf die fresse und hauen feanur auf die fresse ok wir haben allen auf die fresse alles klar die feindesliste wird dann nur noch länger ja genau das die werden angeführt von findles zweitem sohn fingolfin und ja man long story short sie kommen halt nacheinander an man baut sich reiche auf ist tatsächlich am anfang sogar relativ erfolgreich gegen morgoth und seine truppen der sich da im äußersten norden seine festung wieder hergerichtet hat eine bergkette die sich entlang des nordens zieht und ganz am westen eine festung aus drei vulkanen die direkt nebeneinander stehen und da liegt quasi sein hauptquartier an band die eisen feste am anfang ist man relativ erfolgreich geht auch erstmal diplomatische beziehungen mit den schon da lebenden grauelben ein und alles ist relativ cool dann kommen die zweiten dann kommen finger auf ihn und seine truppe die zurückgelassenen ja und es gibt erst mal streit aber ja kommen ok morgoth ist gefährlich erst mal arbeiten wir gegen den zusammen und in dem moment passiert noch etwas im äußersten osten mittelerdes erwachen die menschen die zweite gruppe und sie erwachen in dem moment in dem in westen in valinor während die elben da ihren großen abzug feiern javanna und varda die sternengöttin zusammenarbeiten um noch irgendetwas von den zwei bäumen zu retten sie stellen fest beide haben noch eine frucht die übrig geblieben ist und aus diesen beiden früchten schaffen sie mit der hilfe von aule und dem segen aller anderen wallah die sonne und den mond und dann erklärt tolkien lang und breit wie sie erstmal eine weile brauchten korrekten rhythmus von tag und nacht auszuarbeiten und das erste mal ist die sonne im westen aufgegangen und dann irgendwann später festgestellt naja osten funktioniert besser und so weiter und sofort tolkien halt und zum einen erwachen beim ersten aufgehen der sonne die menschen und zum anderen kriegt fingolf ihn einfach den besten auftritt hin den jemals irgendjemand in arda hatte denn in dem moment als er mit seinem zug das packeis verlässt das ufer von mittelerde betritt und sein banner entrollt geht hinter ihm das erste mal die sonne um richtig und eine zeit des friedens beginnt denn das sonnenlicht schwächt morgots truppen gewaltig und man legt sogar eine belagerung um anband und erstmal ist alles cool aber es bleibt nicht cool und da werden wir jetzt nicht furchtbar detailliert darauf eingehen denn das ist dann das was eigentlich im silmarillion das coole ist alles bis dato ist vorgeschichte hat das setting des der stories des silmarillionen beschrieben und der rest ist in diesem äußersten westen beläriant was wirklich wichtig ist ist irgendwann kommen die ersten menschen übers gebirge die ohne vala hilfe den weg durch eine von morgos beherrschte welt gemacht haben weil sie gerüchte gehört haben im westen sei ein licht und werden von den elben unterwiesen und werden ihre freunde und es gibt viele viele abenteuer morgos bricht irgendwann natürlich den den belagerungsring und es gibt viele kriege hin und her und das schlachtenglück wechselt und viele leute sterben sehr heroische und sehr tragische tode und es gibt ganz viel ganz viel tragische ironie und hasse nicht gesehen und viele schlimme dinge passieren und am ende sind fast alle großen königreiche gefallen es gibt so ein paar menschen die in vereinzelten waldsiedlungen leben und so ein paar elben die sich gerade noch so an der küste halten weil morgos und design das nie wirklich mit der schifffahrt hatten und das ist es im grunde und es gibt einen der ist der sohn eines menschen und einer elbe nicht bären und lucien es gab noch eine eine beziehung die zwischen tour und der tochter des königs von gondolin gondolin ist die elbenstadt wo sowohl stich als auch gandalfs schwert glambring her sind und deren sohn bekommt den namen ea rendil ea rendil heiratet eine enkelin von bären und lucien und wird ein sehr großer seefahrer und als alles verloren scheint beschließt er schließlich die valar hatten gesagt niemand darf zurück ins segensreich kehren und man hatte es in der verzweiflung oft genug versucht man hatte oft gesucht versucht schiffe nach westen zu schicken und um hilfe und gnade und und verzeihung zu bitten aber keines war jemals angekommen die war hatten schatten und uns inseln in den weg gelegt die den wanderer auf falsche fährte bringen das schiff auf den falschen kurs bringt oder inseln die man nicht mehr verlässt wenn man sie einmal betreten hat und ea rendil beschließt es bringt ja alles nicht wir müssen es versuchen also macht er sich selbst auf seine frau bleibt in der letzten stadt zurück ferner ist relativ früh in dem ganzen konflikt gestorben aber seine söhne sind noch unterwegs und ein paar von denen haben tatsächlich ein gewissen und andere sind ziemliche bastarde zwei von denen versuchen in der geschichte von bern und lucien unter anderem lucien zu vergewaltigen himmel das ist so der level die machen halt ständig stunk und haben immer noch dieses ding am laufen wir wollen die silmaril haben wir erinnern uns aus der letzten folge bern und lucien hatten es geschafft einen silmaril aus morgots krone zu schneiden ja in den silmaril hat jetzt also bernis und luciens erben die ihr mann in dieser hafenstadt zurückgelassen hat und während der unterwegs ist und verzweifelt irgendwie versucht den weg nach westen zu finden überfallen die söhne feernors diese stadt wohlgemeid die letzte festung der elben die greifen diese stadt an weil man ihnen den silmaril nicht geben will und richten da ein unfassbares blutbad an und elwing so heißt er in die frau kann ihre söhne nicht finden hält sie für tot und springt in letzter verzweiflung den silmaril an die brust geklammert ins meer und verwandelt sich im sprung in einen schwan durch mehr oder weniger göttliches eingreifen es wird nicht wirklich erklärt aber es ist sehr wahrscheinlich das und fliegt nach westen und findet das schiff das irgende schiff ihres mannes landet dort gibt ihm den silmaril und mit dessen licht und der verzweiflung im nacken cool unsere söhne sind wahrscheinlich tot die letzte festung ist auch noch gefallen machen sie sich nach westen auf und schaffen es tatsächlich und kommen an und da sie beide halb elben sind können sie im namen beider völker die wala um vergebung und um hilfe anflehen und es wird gewährt es wird ihnen aber gesagt gut er hat das segensreich erreicht ihr dürft es nicht mehr verlassen und er rennt ihr bekommt eine neue aufgabe ihm wird ein neues schiff gebaut aus adamant und elbischem glas und mithril ohne segel aber mit flügeln und der silmaril wird ihm als banner und und frontleuchte angegeben und er rennt ihr soll am himmel fahren mit seinem schiff als wächter auf alles was da eventuell aus der dunkelheit kommen möge und als leuchtfeuer für die die immer noch in mittelerde sind der westen hat euch nicht vergessen und während da in mittelerde alles dem untergang geweiht scheint geht im westen ein neuer stern auf heller als alle anderen und die elben nennen ihn gil estel den stern der hoffnung und in späteren zeiten nennt man ihn da er als erster am himmel erscheint und als letzter wieder verschwindet den morgen und den abendstern und die wala machen eine armee bereit und was für eine und sie landen in mittelerde an und während sich die elben verzweifelt in den in den letzten behausungen verkriechen die sie noch haben und einfach nur froh sind sie sind endlich da wir sind gerettet tun die menschen die noch auf der seite der elben kämpfen ein paar andere menschen hatten sie inzwischen verraten etwas naja anderes die verlassen ihre siedlungen und reihen sich wortlos in die armee ein und man kämpft gegen morgoths armeen und es ist gigantisch und es heißt einfach nur der krieg des zorns und als letztes als orks und trolle und selbst balrocks das heer der götter nicht stoppen konnten lässt morgoth die waffe los die er bis dahin geheim gehalten hatte und die ersten geflügelten feuerspeienden drachen erscheinen am himmel und das heer der wala gerät ins stocken die drachen sind eine morgoth creation alles klar genau das ist immer wieder im silmarillion er hat da lange dran gearbeitet der erste drache hat keine flügel aber schon ein feueratem glauhrung der goldene der spielt in vielen der geschichten eine große und bedeutende rolle vor allem in meiner lieblings geschichte der von turin tuam bar aber ja die die geflügelten feuerdrachen das war eine neue kiste und das heer der wala gerät ins stocken und in dem moment sieht man am himmel wieder den abendstern und man sieht er wird größer und ea rendil kommt in seinem fliegenden schiff mit dem silmarell als bugleuchte an der spitze einer armee aus den großen adlern und die liefern den drachen eine himmelsschlacht die einen tag und eine nacht anhält und am morgen nach der nacht fällt der größte drache der jemals gelebt hat von ea rendil erschlagen vom himmel und stürzt auf morgoths festung und begräbt sie unter sich das herr der wala dringt in morgoths festung ein und holt ihn hervor bindet ihn erneut entreißt ihm die silmarell töten tun sie ihn immer noch nicht aber sie stoßen ihn aus der welt hinaus der treibt quasi in den ketten im orbit fernors söhne fordern immer noch die silmarell die haben ernsthaft die eier vor die valar zu treten und zu sagen so ja hab da cool gemacht aber jetzt mal her damit das sind unsere und die valar geben sie ihnen allen ernstes naja das ist halt diese alte dieser respekt vor dem grundübereinkunft der gesellschaft insbesondere der überschätzung persönlichen besitz genau aber es gibt einen wichtigen punkt das war schon als morgoth die die silmarell gestohlen hat wesen die böses im herzen haben können die silmarell nicht berühren ohne von ihnen verbrannt zu werden und von ihrem licht darum musste morgoth sie in einer krone tragen in seine krone geschmiedet und konnte sie nicht berühren und als feanors letzte beide noch lebenden söhne die silmarell in die hand nehmen verbrennen ihre hände der eine stürzt sich verzweifelt in einen vulkan der andere wirft seinen silmarell ins meer und zieht den rest der ewigkeit als traurige einsame gestalt an den küsten mittelerdes entlang ich mir fällt mir fällt da schon wieder ein meme zu ein also nach dem motto glaubt ihr sie werden die deutsche wohnen enteignen wenn sie feanors söhnen die silmarell zurückgegeben haben aber dieser eine sohn der den silmarell ins meer geworfen hat das war so quasi der der noch am meisten mitgefühl hatte von feanors söhnen und der hat bei der erstürmung dieser letzten hafenstadt die zwei kinder von erendil und elving gefunden und hat es nicht übers herz gebracht die zu töten sondern hat sie als seine eigenen aufgenommen das ist das ist sehr genial wie du das erst antiest und dann dann erklärt was da passiert ist diese beiden söhne trugen die namen elrond und elros ja der elrond ok krass sein vater ist aber wieder der abendstern ja ja ok ja wohlgemerkt wir erinnern uns an die fiole mit sternen licht die galadriel frodo gibt es ist das licht erendils unseres geliebten sterns alles klar jetzt oh mein gott und jetzt wird wirklich deutlich was für ein artefakt das ist sie haben dieses licht darin eingefangen das licht des letzten silmarils der noch der noch sichtbar ist und ja dass das erklärt warum das quasi so eine atombombe gegen saurons diener ist warum in dem moment in dem foto dieses ding in keres ungol hervorzieht kann gerade die eine eine nachfahren von ungoleans ist genauso wie die spinnen im düsterwald es waren einfach nur vor ihm fliehen kann himmel ich verstehe ja ok er denn die lenien an kalima schreit froh als er das ding hervorzieht heil dir erendil hellster stern am firmament was im übrigen darum erwähne ich das hier quasi der urquell ist warum der herr der ringe und warum tolkins welt existiert denn als student hat tolkien ein angelsächsisches gedicht aus dem 9 jahrhundert gelesen den christus oder auch die der aufstieg von einem mann namens seine wolf keine ahnung es ist ein buch über die über christi himmelfahrt ein gedicht über christi himmelfahrt und es beinhaltet die zeile sekunde mein mein angelsächsisch ist ein bisschen eingerostet entschuldigt wenn das völlig falsch ausgesprochen ist heil dir erendil strahlendster der engel nach mittelerde entsandt zu den menschen ok sehr geil ja und das ding hat ihn unglaublich fasziniert das kann faszinieren das verstehe ich gut und ist quasi der anfangen warum er mit allem angefangen hat was er da gebaut hat benjamin dieser podcast wird immer noch besser das war großartig das wundervoll erzählt eine grandiose nacherzählung ich genieße das sehr also gut das erste zeitalter nähert sich dem ende der krieg des zorns ist vorbei aber er ist nicht ohne folgen geblieben die baller hatten ja aus gutem grund überlegt ob sie sich mit morgoth anlegen und all dieses gebiet in dem das silmarillion spielt beläriand im äußersten westen mittelerdes ist komplett zerstört worden und es beginnt unterzugehen das land zerbricht und versinkt stück für stück unter den wellen es dauert ein paar jahre aber es geht doch erschreckend rapide und wenn man die beschreibungen im silmarillion liest das ist die haben sich da wirklich so dermaßen gehauen dass dieser kontinent zu bruch gegangen ist genau wenn man das der marion liest und die karte von belärian sieht liegt im äußersten osten belärians eine bergkette die blauen berge die eredmien wo auch die zwerge leben und wenn man jetzt die karte von mittelerde im herrn der ringe sieht befindet sich im äußersten westen von mittelerde westlich des auenlandes eine bergkette die eredmien die blauen berge und westlich davon aus und schmaler streifen lindon wo kildern der schiffsbauer liegt lebt ja das sind dieselben blauen berge das was zur zeit des ringkrieges die westküste mittelerdes ist war mal mitten auf dem kontinent ach so ja okay dass das ist quasi so als als würde moskau auf einmal eine küstenstadt werden das ist infolgedessen passiert und nachdem also alles geschehen ist zumindest morgoth aus der welt gestoßen ist einige seiner diener konnten fliehen einige ballrocks versteckten sich an den tiefsten tiefen der welt einer davon war der moria und auch sauron konnte entkommen der in den abenteuern des silmarillons nur ein lakai von morgoth war der destro zu seinem kobra commander und während all das geschieht bieten die valar den überlebenden eine wahl sie sagen den noldor okay sofern und söhne sind raus aber alle anderen von euch bekommen jetzt einmalig die chance einer amnestie ihr dürft mit uns zurückkehren und dann ist auch alles vergeben und vergessen diejenigen von euch die sich entscheiden hier zu bleiben haben die chance damit dann aber vertan einige von ihnen gehen mit viele von ihnen gehen mit einige wenige bleiben unter ihnen galadriel die immer noch der überzeugung ist sie kann sich hier etwas aufbauen und das ist der grund warum das für galadriel so ein unglaublich wichtiger moment ist als frodo ihr den ring anbietet und im buch lacht sie als er den ring anbietet und diese worte ich bestehe die prüfung ich werde nach westen gehen und galadriel bleiben sie hat verstanden das ist ihre zweite chance das ist ihre prüfung um doch noch einmal vergebung zu erlangen und nach westen zu dürfen gotti hat auch viel erlebt zu dem zeitpunkt meine fresse die hat eine menge durch los lorien wurde ursprünglich von ihrem und keleborns sohn beherrscht der ist dann irgendwann gestorben die sind geflohen die sind geflohen als die ringe zerstört wurden als die ringe geschaffen wurden und ja die die haben eine menge mitgemacht genau also die elben die bleiben ziehen sich halt in in land zurück das nicht versinkt und die menschen die mit den elben und den valar gekämpft haben bekommen ebenfalls eine belohnung angeboten für sie wird im äußersten westen im meer zwischen mittelerde und dem segensreich eine insel vom meeresgrund herab heraufgeholt so nah am segensreich wie sie überhaupt sein kann ohne direkt dazu zugehören und erendils stern soll als wegweiser für sie fungieren und sie dürfen diese insel bewohnen und diese insel wird numenor genannt westernis das westlichste land und das sind dann das ist der die auch dann wissen genau über die wir auch schon gesprochen haben erendils söhne werden vor eine wahl gestellt kriegen gesagt als halbelben könnt ihr euch entscheiden wir hatten ja letzte folge schon gesagt hier bären und lucien lucien gab ihre unsterblichkeit auf um noch mal eine kurze weile mit bären zusammen leben zu dürfen die bücher wurden im übrigen cooler weise ausgeglichen wir sagten es gab noch ein anderes elben und menschenpaar tuor und idril die tochter des königs von gondolin da wurden die bücher quasi wieder ausgeglichen denn tuor bekam die die unsterblichkeit und ja genau die beiden söhne bekommen eben die wahl möchtet ihr unsterblich sein oder sterblich und wir haben es im letzten podcast schon angesprochen das ist gar keine so einfache entscheidung man würde im ersten mal sagen die unsterblichen natürlich aber unsterblichkeit bedeutet halt an die welt gebunden sein und sie irgendwann leid werden und und die sterblichen drüber hinaus aszendieren die sterblichen irgendwann die welt verlassen zu einem unbekannten ziel aber es gibt eben noch irgendetwas außerhalb dieser welt wir merken den tolkens katholizismus und auch sie dürfen sich wieder entscheiden wollen sie den roten neuwagen in tor a oder wollen sie die überraschung so ziemlich das ja ja und die beiden brüder werden vor die wahl gestellt und elrond entscheidet sich für die unsterblichkeit und sein bruder elros entscheidet sich für die sterblichkeit und wird als tarminiatur der erste könig von numenor und gottchen diese in endlos langer nachfolge ist dann irgendwann dessen nachfahr auch aragon wir hatten es in der letzten folge schon gesagt aber wenn ist streng genommen aragons cousine 800 irgendwas ein grades viele viele generationen auf der einen seite weniger auf der anderen ja ja elronds frau ist im übrigen galadriels tochter aber ist ist galadriels enkelin das ist ganz witzig bei bei den wichtigen figuren die keine hobbits sind im herrn der ringe fließt irgendwie echt alles an an verwandtschaften aus dem aus dem silmarillion zusammen ja ja das ist so ein königshaus da sind alle irgendwie mit allen ja 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 das das ist so ich sehe gerade so ein besonderes und habsburger mime mit es ist so gemein genau da kommen wir machen das noch fertig wir haben die numenora in der ersten folge kurz behandelt das noch fertig du das wäre ein wirklich guter moment um zum schluss der punkt ist der rest reicht nicht mehr für eine ganze folge wir haben das wirklich wichtige abgehakt und ich kriege das jetzt in einer halben stunde hin ich würde hier wirklich gern zum schluss kommen und eine halbe stunde zum schluss bei uns ja die wir das ausgestalten du ich glaube ja das ist noch eine folge wir haben die alte wir haben die schöpfungsgeschichte die altvorderzeit und das erste zeitalter der sonne abgehakt ja das ist eine menge belehre ganz versinkt sie mal was wir erreicht haben numenor wird gegründet das erste zeitalter endet das zweite zeitalter beginnt das ist dann ein guter startpunkt für die nächste folge dass das sehe ich ganz genauso und wir können auch genauso weitermachen ohne dass uns das thema ausgeht wenn wir uns jetzt wirklich noch durch die zeitalter fräsen und dann dann ist ja noch der hobbit und dann ist erst herr der ringer und 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 wobei ich denke die müssen wir jetzt nicht irgendwie detailliert nach erzählen nein müssen wir nicht aber glaube ich als so ein bisschen in die zeitalter einordnen kann man genau genau ich denke bis 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 kurz vorm hobbit oder wenigstens das was was neben dem hobbit noch passieren diese ganze geschichte mit dem nekromanten dass das ist glaube ich dann ein guter schlusspunkt aber ich finde es so grandios wie du mir aufzeigst wie genial tolkien wirklich gewesen ist und wie das alles ineinander greift also ich genieße wirklich und ich gehöre die ganze zeit zu und denke oh mein gott hoffentlich die diese teile werden immer besser und hoffentlich hören die leute bis hier hinzu und hören dass möglichst viele leute weil das ist echt das bereichert mich gerade immens also danke das ist wirklich wirklich schön ich genieße sehr freut mich es macht mir spaß darüber zu sprechen ja man merkt ihr lieben danke dass ihr zugehört habt erzählt ganz viel weiter wenn es euch spaß gemacht hat und wir hören uns wieder mit dem nächsten teil unseres tolkien podcast dankeschön ciao ihr lieben wenn ihr es nicht schon seid werdet patreon für nur drei dollar also ab drei dollar bis also da gibt es überhaupt also bis erwerbt ihr quasi das kaptorga bürgerrecht dann seid ihr bei patreon dort findet ihr unzählige andere unveröffentlichte völlig geheime podcasts die wir nie und wir versprechen dass nie der öffentlichkeit preis geben werden allein schon weil sie so dermaßen oma also nein da das bleibt halt unter uns also dabei patreon da könnt ihr mit uns reden ihr könnt uns anschreiben da ist es auch noch ein bisschen persönlicher und wir freuen uns und können noch mehr schöne podcasts euch machen und videos und unser allgemeines ringen wieder die windmühlen historisch falsche darstellung von dingen fortsetzen danke euch habt einen wunderschönen tag ciao i